Hallo und herzlich willkommen zum neuen Humanfall-Fall-Flat-Update. Ja, dieses Update ist neu. Ist es wirklich neu? Es ist vorgestern rausgekommen, aber es ist neu. Wir sind in dem Map-Hafen, der unspektakulärste Name auf der Welt. Ja, du Ehrenlose. Perfekt. Jamie, erzähl uns doch mal, wieso bist du so weiss? Äh, wieso bist du so weiss? Ähm, nein, ich bin nicht weiss. Das können alle Zuschauer. Ja, anscheinend gibt's hier einen kleinen Grafik-Feder sozusagen. Das liegt wieder mal an deinem Computer. Ja, weil du bist so blöd. Hallo, hey, ich habe sie nicht gedrückt, ich habe sie gehämmert, Junge. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, ja, 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 ja. Hallo, wieso? Ich nehme jetzt mal die andere Lampe. Ja, mit der funktioniert's. Wow, bin ich hier jetzt? Wett und du findest mich nicht. Aber ich habe keine Ahnung, wo du bist, du gleiches Stück Schein. Hä, bin ich verpackt oder was? Nee, nee, hier ist eine Sackgasse. Hallo, ich möchte ein bisschen Licht sehen. Ja, wir haben einen Checkpoint, also. Nein, nein, du musst jetzt nicht laden, alles gut. Nein, also mache ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Nimm die Kugel damit, ich glaube, das ist wichtig oder so. Ah, hier hinten war ich. Nein? Cedric, Cedric, Cedric. Oh, hallo, ich bin hier drüben. Der hier muss weg. Der Hafen, oh. Das ist ja fast der Map-Name. Sieht so holländisch aus, ne, genau. Ich brech mal in das Haus kurz ein. Ich glaube, die nehmen es mir schon nicht übel, oder? Ach, nee. Ah, hier muss ich die Tür kaputt schlagen. Und du kannst die auch aufmachen. Nee, die muss kaputt gemacht werden. So, super. Da Vinci, ich leih mir mal dein Zahnrad. Komm, komm. Du stehst mir in der Kamera, Junge. Ey, zieh mal den Hebel wieder nach oben. Nein. Schade. Boah, Alter. Junge, Alter. Was? Das Teil hier oben sieht wichtig aus. Das muss hier hin. Dann packe ich doch das mal drauf. Dreh mal. Was ist jetzt passiert? Hier hat es so eine Hebebühne. Jetzt nach oben. Ich mache übrigens gar nichts, gell? Ah, ich weiß. Man muss da drauf. Und dann muss man schwingi, schwingi machen. Ich bin ein bisschen am hängen. Wie schön, dass hier das alles so perfekt passt. Hä? Wie bist du da hochgekommen? Auf das Kalender, auf den Blumentopf und dann hoch. So. Oha. Nein! Selig, möchtest du das nächste Mal alleine schwingen? Ja. Tschüss. Schönen Flug. Dankeschön. Ja. Ja, es braucht den richtigen Finger. Rainer Winkler. Boing, 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 boing. Hallo. Oha, jetzt wird es lustig, Alter. Ich denke mal, dass wir uns an so einem Fass halten müssen. Ja, ich halte mich nicht. Ich stehe drauf. Ah, schön. Und jetzt? Ah, wir hätten da rausgemusst. Oh, scheiße. Ja, kommt da. Ah. Ah. Hallo. Ich bin ja trinken. Ja, wir haben ja einen Checkpoint, deswegen ist es ja gut. Ah, sobald ein Fass drauf ist, müssen wir das Teil hier hochfahren. Ja, also dann. Ja, man. Wir hätten ja zwei Fässer gewöhnt. Sobald ich drauf. Komm, Junge. Zieh mich drauf. Twerk nicht so. Wiggel, 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 wiggel. Was würdest du spinnen? Es müssen jetzt diese Fässer reinwerfen. Ich klatsche hier alle runter, die ist hart. Du kannst hier ein bisschen ordnen. Ja, ich versuch's. Aber das eine Fass möchte sich nicht mehr wegbewegen. Und ich stehe kurz vor dem Abgrund. Ich schieb von hinten. Es ist noch schade, dass wir das letzte TuneFallFlat1-Video sehen, denn das nächste Video ist TuneFallFlat1-Fuck you. Ich soll mich facken. Nein, dieses Fass. Was habe ich hier jemals getan? Der richtige Ziel, der ist ja da reingesprungen. Hey, 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 hey. Hallo, ich bring mich selber um. Hallo, tschüss. Hallo. Hey, es geht los. Oh, mein. No, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich habe dich in den Tod gerissen. Ich hätte den Checkpoint holen können. So, das sind wir quit. Nein, stopp, stopp, stopp. Hey, stopp, nein. Das würde ich tunlichst vermeiden und ich schneide euch wie Thunfisch in Schnauah! Ich bin auch hier, hallo! Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott! Müssen wir nach oben, oder was? Ja. Ach du Scheiße, Junge. Das ist die Kunst, nicht genug früh festzuhalten. Oh nein, es bringt nicht so viel. Scheiße. Wie er da mitgenommen wurde, Junge. Ja, ich bin in der ersten Lücke. Vorgerief! Oh! Nein! Hier kann man ja runterfallen, Junge! Was ist das? Ich dachte, da kann man sich irgendwie verstecken. Verdreck! Oh mein Gott! Ich krieg so einen auf den Tötz! Einen auf den Tötz! Ja, schau doch! Aua! Mann, Junge! Oh nein! Ah! Oh mein Gott, ja! Ich bin da drin, ich bin da drin, ich bin da drin! Das schaffe ich auch noch. Das ist der Adrenalinkick. Das Jahrhundert. So, Achtung! Und runterra! Ich glaub, wir hätten hier zuerst noch ein Feuer entzünden müssen. Oh, ein Katapult! Wo müssen wir überhaupt hin? Ich mach mal alles parat auf die Ankunft des grossen Meisters. Was ich meine nicht ich. Okay. Oh, komm rein! Komm rein, Babe! Let's go! Oh! Oh! Du hast ein bisschen falsch eingestellt, obwohl... Nee! Passt! Perfekt gelautet! Mach mir erst ein Wettrennen, wer schneller drüben ist. Oh nein! Junge, was ist das, Alter? Wie bewegt man sich hier vorwärts? So! Ja, ich bin schneller, glaube ich, mit meiner Taktik. Digga, das ist einfach ein Raft, Alter! Lass einen Like da, wenn wir ein Raft-Let's-Play machen sollen. Oh yeah! Ab zwei Likes gibt's ein Raft-Let's-Play, Alter! Er will es unbedingt! So, fertig. Du machst die rechte Seite, ich steuer die linke Seite. Geh du vorwärts? Wo müssen wir überhaupt hin? Keine Ahnung. Was fragst du mich? Darüber, da sieht's positiv aus. Corona-positiv. Da sieht's schwer nach dem Ende aus. Ja, hoff ich doch mal! Okay, und ab'n Gas, ab'n Gas, ab'n Gas! Bombastisch parkiert. Ist noch gar nicht fertig. Was läuft denn hier drüben so? Da drüben, da oben. Ah. Bei der Fackel. Fuck! Auf was hättest du jetzt Bock zum Essen? Boah, so schönen Burger mit Bomb-Fried. Ah. Aber ich bin auf Diät, also das wird ein bisschen kritisch. Du bist schon seit Monaten auf Diät, Junge. Ja, ich hab' mein Wunschgewicht noch nicht erreicht. Was wär' das dann? Fünf Kilogramm. Jeder von uns hat seine Ziele, oder? Ein Ziel ist es zum Beispiel auch die 130 Abonnenten bis Ende Jahr noch zu knacken. Ey, dieses Ziel hab' ich nicht, sondern ich hab' das Ziel 150 bis zum Ende Jahr zu erreichen. Ich hab' vor, ich hab' vor, Birklovic mit diesem Kanal zu überholen bis zum Ende vom Jahr. Genau, lasst auf jeden Fall kein Abo bei ihm da, Spaß! Lasst ein Abo bei ihm da. Aber nicht zu viele, sonst können wir ihn nicht überholen. Grüße gehen raus an Birklovic! Hallo, wo ist das Rohr? Wo ist dieses scheiss Rohr hin? Och, neijn! Ah, da ist das nächste Rohr. Da kommst du nicht drauf. Doch. Da kommst du überall rauf, Willenskraft. Ah, so! Danke, tschüss. Ey, eyy, ey ich habe das Rohr… Das ist wie wenn ich eine Freundin kläre und du überlegst das Rohr ab. Ey, versuch dich nochmal an der Wand in den Rohr, du schaffst das, du musst wirklich schwingen, du kannst gar nicht oben drauf klirren. 6,5 Stunden später. Ah, das Tor ist offen, der Anodarsgang. Waren wir noch am Boot, oder? Äh... Ah, da, da, da hat's ein Fass. Direkt! Folg mir, folg mir, folg mir, folg mir, folg mir! Ah, ich bin nicht! Hab ich dich, hab ich dich! Nein, ich hab dich nicht! Hab ich dich! Zieh dich hoch! Hau dir mich schon! Wir danken fürs Zuschauen! Und f***... Ah! Ich bin weg! Nein! Warte auf mich! Nein, ich kann nicht! Danke fürs Zuschauen! Mann, so hätte ich mehr hoch! Aaaaaaah! War full jetzt abt!